natürlich springst du nicht rüber warum auch auch optimistisch davon auszugehen dass es so sein würde allein dass ich diesem spiel mehr als eine stunde gebe irgendwas vielleicht bin ich am ende des tages derjenige mit der meisten spielzeit in diesem spiel das schlimme an der ganzen geschichte ist es wird halt in dem ranking der spiele die ich gestreamt habe bei twitch tracker wird es halt echt aufsteigen sind jetzt schon mal zwei komplette streams mit damit es wird immer weitergehen es wird ja nicht das letzte mal sein muss auch noch ein submission video aufnehmen das dann nochmal offscreen weil wir das vielleicht auch on screen machen keine ahnung schauen wir mal Got to go fast, paired.